Ein neuer Renault Twingos steht hier zum Verkauf. Der weiße Kleinwagen ist fünftürig und bietet Platz für vier Personen. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Servolenkung und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 69 PS. Er wird über ein 5-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 5,0 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Bis zum nächsten Mal.